Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft hier bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Herr Wendt, ich kann es mir denken, nichtsdestotrotz die Frage, wenn Sie diese Protestaktion sehen, dann denken Sie was? Ich denke vor allen Dingen auch an meine armen Kolleginnen und Kollegen, die diese Einsätze pausenlos fahren müssen, um dafür Ruhe und Ordnung zu sorgen. Sie haben ein schwieriges Aufgabengebiet, einerseits das Versammlungsrecht zu schützen, Gefahren abzuwehren für völlig unbeteiligte Leute, aber eben auch Straftaten zu verfolgen. Das ist schon eine echte Herausforderung. Vor allen Dingen, wenn man nicht sofort Erfolg sieht, was ja hier seit Wochen und Monaten der Fall ist. Wenn wir auf den konkreten Fall in Berlin schauen, da kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten auf der Stadtautobahn fest und offenbar kommt deswegen ein Fahrzeug, das gebraucht wird bei einem Unfall, zu spät erst an. Angeblich wird bei diesen Protestaktionen, so sagt es die letzte Generation, immer die Rettungsgasse auch gewährleistet. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Das ist ja so eines der Narrative, die diese Leute immer mit sich herumschleppen, die sie setzen wollen. Sie erzählen immer, sie seien gewaltfrei, sie würden Rücksicht nehmen und vieles andere mehr. Das ist alles nicht der Fall. Und deshalb muss man auch bei der Wortwahl, finde ich, völlig klar sein. Das sind keine Aktivisten. Das sind Extremisten. Sie sind gewalttätig, sie sind rücksichtslos, sind egoistisch und sie nehmen überhaupt keine Rücksicht auf Mitmenschen. Das heißt, sie sind auch zutiefst asozial, was sie da machen. Das heißt, sie gefährden Menschenleben, nur um ihre seltsamen Ziele durchzusetzen. Und ich habe die große Hoffnung und Erwartung, dass die Politik jedenfalls ihnen keinen Millimeter entgegenkommt. Denn das wäre auch noch gefährlich für unsere demokratische Orte. Wobei sie sich ja für mehr Klimaschutz einsetzen und sagen, wenn da ein Entgegenkommen ist, dann hören wir sofort auf mit den Protestaktionen. Und das muss man ja sagen, es liegt in der Natur der Sache, dass Protest ein Stück weit unbequem sein muss. Sonst schafft man keine Aufmerksamkeit. Wie kann man also unbequemen, Aufmerksamkeit schaffenden Protest ausgestalten, der aber eben nicht andere Menschen gefährdet? Das tun hunderttausende Menschen allein in unserer Hauptstadt Berlin bei mehr als 7000 Veranstaltungen im Jahr, die die Polizei gerne auch schützt, weil das unsere Aufgabe ist, nämlich friedlicher Protest unter freiem Himmel oder in geschlossenen Versammlungen, wo auch immer. Wir sind in einem demokratischen Rechtsstaat und haben uns dafür Spielregeln gegeben. Und an die müssen sich auch diejenigen halten, die glauben, morgen die Welt geht unter oder übermorgen sterben wir alle. Das ist natürlich alles Blödsinn. Ich sehe die großen Herausforderungen, die wir beim Klimaschutz haben, genauso wie diese jungen Leute. Aber das rechtfertigt nicht, dass wir die rechtsstaatlichen Regeln des Zusammenlebens derart verletzen, dass wir das Leben anderer Menschen gefährden. Also Leben zu gefährden und möglicherweise auch Leben zu vernichten, um angeblich Leben zu retten, das passt überhaupt nicht zusammen und das ist völlig schräg. Wie kann denn die Polizei in solchen Fällen reagieren? Wie lange dauert das, bis man eine solche Situation, wo sich Menschen festgeklebt haben, da wieder befreit hat? Und wie verfolgt man das dann weiter? Also zunächst mal, ich bewundere meine, vor allem meine Berliner Kolleginnen und Kollegen, die haben eine Nervenstärke dort. Auch in den Gesprächen mit diesen Aktivisten, wo sie ganz schrägen Argumenten entgegentreten, sind die geduldig, deeskalierend und machen dann ihren Job. Lernen die in Berlin wahrscheinlich ganz gut. Ja, ja, die können das wirklich. Und ja, sie müssen die Hände von der Fahrbahn lösen, das ist schwierig genug. In anderen Städten macht man das anders, da schneidet man das einfach aus aus dem Asphalt und schickt die mit dem Asphalt an der Hand nach Hause und bessert den Asphalt dann ein bisschen aus. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Dann wird die Fahrbahn geräumt und der Verkehr wieder freigegeben. Gleichzeitig wird natürlich am Stauende dafür gesorgt, dass dort eine Absicherung erfolgt. Das heißt, dass da keine Unfälle passieren und dass Menschen nicht in Not geraten, die dort im Stau stehen. Also eine sehr komplexe Aufgabe. Ja, und anschließend ist die Polizei raus. Dann fängt nämlich die Staatsanwaltschaft an zu arbeiten in Hunderten von Verfahren, auf die die übrigens auch nicht gewartet haben in Berlin. Denn die Beweisfilie bei solchen Strafverfahren ist ausgesprochen schwierig und kompliziert. Trotzdem auch da Kompliment. Es hat schon hunderte Strafbefehle gegeben, die auch durchgesetzt werden. Aber die Mühen der Justiz malen langsam und das hat nichts mit Trägheit zu tun, sondern damit, dass die personellen Kapazitäten einfach nicht so sind, wie sie sein sollen. Rainer Wendt, ganz herzlichen Dank. Rainer Wendt, ganz herzlichen Dank.